Wir haben jetzt immer noch zwölf. Die bewahren wir uns aber mal auf. So, hier war jetzt nun auch irgendwo der, wo ich meine ganzen... Oh Gott. Hier ist noch mein ganzer Stuff jetzt drinnen, ne? Ja, da war unsere erste Waffe. Hier hängt jetzt unsere... Nee, als Hauptwaffe. Sehr gut. Ein paar Zucker kriegen wir jetzt nicht wieder, wa? Oh, fuck. Sie müssen Spezialkisten kaufen. Gnaaav! Scheiße. Ja, sorry für den Weg umsonst. Da war ja nicht ganz umsonst, wir haben immerhin eine Sniper dabei. Wie verhält sich die denn? Komm noch ran zu. Oh Gott, so wäre... Okay. Jetzt habe ich natürlich mehr oder weniger zwei Sniper dabei. Eine laute und eine leise, wa? Ah, die Ambrust, die muss ich mitnehmen jetzt. Wenn wir jetzt kein Dings kriegen, dann muss die natürlich mit. Alles safe. Uah. Und wieder weiter. So, wir fahren jetzt zum Roten, wollten wir. Mal kurz auf die Karte gucken. Kurz beim Mike und Mollis hier rausfahren. Okay, das ist aber ganz schön weit weg dann, wa? Wir fahren jetzt hier mit dem Lamba nochmal vorbei. Und den Weg beim Unterschlupf, da ist ein neues Symbol aufgeplöpft. Das will ich mir mal angucken. Lamba müsste ja safe sein, da ist ja nichts mehr. Da waren wir ja schon. Aber da oben ist noch ein Symbol und das will ich mir mal angucken. Alter, ich dachte gerade, da wären welche. Boah, da sind wirklich welche. Alles safe, Jungs. Alles gut. Ich bin ja schon wieder weg. Ja, 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 ja. Jetzt beruh... Au, au. Beruhigt euch. Leck mich am Arsch. Okay, wir müssen uns anscheinend merken. So. Boah, ernsthaft? Alter. Jungs, alles safe. Alles gut. Alter. Was sind denn der Explosionspfeile? Alter, was wollen die denn von mir? Ich dachte, hier sind meine Kameraden drin. Ich dachte, die helfen mir. Ja. Er hat sich ja richtig gelohnt, zu Mike und Molly zu gehen. Wenn wir jetzt hier schon alles verbraten müssen. Wo ist er hin? Knackwurst. Wo ist denn der hin? Ich höre ihn reden, aber er sehe ihn nicht. Gefunden. So, waren das jetzt alle? Ja, Granate nehme ich natürlich alle mit hier. So, was ist hier mit meinen Kollegen? Ähm. Okay. Das war's mit meinen Kollegen. Sind gar nicht da. Ja, was machen wir mit der Schrottschüssel jetzt? Habe ich ihn nicht. Ich kann mir das... Was? So, ich muss unbedingt crouchen nochmal umlegen. Nicht auf C, sondern irgendwie auf SDRG. Pass auf. Ich verstecke mich hier kurz drin. So, dann mache ich das mal eben. So, ich würde auch irgendwo Steuern stehen. Option. Steuerung. Ist das unter Bewegung? Ne. So. Dann Option. Okay, man kann springen. Ducken. Okay. So. Da geht er gar nicht. Erinnere muss natürlich auch schon eine Norm drin haben. So. So, jetzt aber safe draußen, ne? Ja, viel angenehmer. Aber man muss die nur einmal drücken, dann crouch man ja ganz Zeit. Ist hier jetzt alles safe oder was? Alter Schwede, da bin ich erschrocken ein bisschen. Genau, unten ist was. Seht ihr das? Da, 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 wo man fehlst. Und zeigt genau da. Scheint irgendwie ein Stützpunkt zu sein, sag ich mal. Und so nah am Unterschlupf kann ich natürlich... Oh. Kann ich natürlich nicht verantworten. Oh, die Melodie. Da ist ja niemand. Ist das eine Mosing, die wir hier eigentlich haben? Nennt man die nicht aus, ne? Warum diese Musik? Was hat es denn hier mit auf sich? Okay. Okay, Wachposten. Eins von 57 ausgespäht. Heißt das, hier kommen jetzt keine mehr, oder was? Ich drücke immer auf M. Sieht aus, sie crasht. Okay. Dann ist das halt so. Jetzt gehen wir nochmal in die rote. In die rote Karri hier hinten. Aber ich glaube, die sah um einiges besser aus als meine olle Schrottgurke. Oh Gott, die sieht auch nicht besser aus. Oh Gott, ich gehe nicht mit ihren... Fährt das Ding überhaupt noch? Oh, tatsächlich. Jetzt wissen wir zumindest, man darf hier nicht so weit rum... ...cruisen. Warte. Wir halten mich mal kurz. Na, Fatschtaste. Ich krieg das voll... Alter Ding. Ach, ich kann's reparieren. Mein Gott, sag mir das doch. Ich dachte, das war vorhin einfach nur so ein... Ja. Keine Ahnung, Quest-mäßig. Sieht ja fast wie neu aus, außer dass es noch ein bisschen verbeugelt ist. So. In die Richtung. Da oben. Ich sehe es schon. So. Und. Hopp. Gib her. Komm zu Mama. Uhu. Noch ein Edelsteinchen. Zwar wieder nur zwei, aber ich glaube, mehr kriegt man auch nicht. Ich glaube, zwei oder drei ist höchstens Max, glaube ich. Das meiste kriegst du durch Quest einfach. Aber da sind wir ja auch schon bei. Wenn ich ehrlich bin, habe ich gerade echt Schiss, hier mit dem Auto rumzucruisen. Ich einfach nicht weiß, wo lauern die noch. Wir schießen anscheinend ja auch auf alles, was sich bewegt. Hier ist ein Unterschlupf in der Nähe. Den würde ich mir ja schon mal angucken wollen. Oh Gott. Da oben ist wieder ein Wachposten. Und ich muss noch weit. Alter Schwede. Ernsthaft jetzt? Pass auf, wir fahren hier mal durch den Dschungel. Dschungel alleine ist auch gut. Autsch. Oh Leute, ist das da oben? Ähm, steig mal kurz aus. Habt ihr das Geräusch nicht gerade auch gehört? Digga, alles safe? Ich schieße nur auf dich, wenn du auf mich schießt, mein Freund. Okay, alles klar. Hätte es leben können. So, und mit wem hat er geredet? Oder führen die hier schon Selbstgespräche? Wo? Headshot. Juhu, Unterschlupf freigeschaltet. Alles klar. Gib ihm. Wo ist denn der? Komm ich hier hoch? Hallo? Hallo, der ist auch hochgekommen. Ich muss auch so rumlatschen. Ach, hier ist unser Unterschlupf. Oh, dann... Ich hab dich gesehen, mein Freund. Ich hab dich gesehen. Okay, anscheinend will der nicht mehr mit uns spielen. Anscheinend hat er einen ganz anderen Weg genommen. Alter, wo ist denn der hin? Da wollte er. So. Jetzt dürfte aber alles safe sein hier. Oh, guck mal, erstmal... Oh, erstmal ein Schluck Wasser. Hm. Ja, ich hab keine Spezialkiste, weiß ich. Sie müssen Sekundärkisten kaufen. Ja, ja, müssen wir alles noch tun. Ich glaub, dann haben wir nämlich auch in unserem Unterschlupf einfach mal... Ähm... Waffen, die wir da deponieren können. So scheint es gerade zumindest. Ob das so ist, weiß ich nicht. Die legt ein bisschen Fuel. Ach, Molle... Ach so. Ach, Mollis sind das. So, da haben wir alles genug anscheinend. Was ist das denn da hinten? Eine Villa? War da nicht auch ein Wachposten? Ne, was ist denn das Sendestation? Oder wenn ich so durchgucke, ist halt die Mausendimilität ganz schön hart. So, die haben wir... Alter! Ernsthaft? Oh Gott, meine Schießkünste, wa? Aber wo kam der her und was wollte der Wichser? Unmöglich! Die kommen überall her! Also richtig erkunden, da kommt man ja auch nicht zu. Sorry. Die Karre merken wir uns am Schlupf... Am Unterschlupf. Ich will erstmal gucken, was das da hinten ist. Muss ich erstmal nachglotzen, wa? Ist hier nicht noch irgendwo einer? Hier ist ein Truck. Okay. Ja, was heißt Truck? Aber das nimmt einen Geet drauf, ne? Ja. Ich hab mir jetzt fast gedacht. Die sind zwar ganz weit weg. Jetzt geht's.